ich weiß nicht ob ich hier emotional darauf vorbereitet bin jetzt tatsächlich die demo vom ff7 zu spielen also wenn sie sieben ist das spiel das ist mir so unfassbar wichtig da verbinde ich auch so viel mit starten gedrückt ist alleine schon das bild du kannst das ist kein geschehen ja leck mich doch ich wollte das bildschirm machen davon die musik jetzt kaufen weg ist gerade gekommen ein bisschen ich muss kurz die musik genießen was das gleiche ich habe gänsehaut ich habe ich habe gehen so aber ein hoch hoch woher Das sieht so gut aus. Die Musik und diese Grafik, ich heule gleich. Die Musik und diese Grafik, ich heule gleich. Ich heule tatsächlich schon. Das sind Tränen des Glücks. Das ist 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 Tränen des Glücks. DerЛ zusammengen und alles. Banora White. Oh, der Banora White Apfelsaft aus Crysis Core. Das Dorf aus dem Genesis kommt. Und der Geale. das ist so gut ich finde also bisher will ich die deutsche so braucht echt gut 18 schatz allein die musik machen ich habe auch zum teil ich habe ja halt dass das klassische kampfsystem und dem wächst auf x drückt und sogar die kommandos wie man die und so weiter auswählen kannst du erfällst diese problem ist doch gut mein gottes kampfsystem ist gut gottes das nice alter eine große sache wird alleine das zu sehen das ist der sektor aber das ist noch direkt nummer eins oh mein gott ich hab grad so die krassen flashbacks genau du läufst da und dann nach oben normalerweise sieht man die karte quasi aus der perspektive nur weiter rausgesucht jetzt oh mein gott ok bewegt sich für mich ein bisschen zu sehr aber ansonsten dann geht zum arzt ha 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 dann geht's zum arzt oh ist das gut ich weiß auch die klasse beine haben das brauchst du nicht das ist nur was für mädchen du bist ein junge dann bin ich ein maschinengewehr damn das absolut gegner design trotzdem hier drin haben hauptsache cool was ich weiß ganz genau welche stelle im originalspiel das hier ist das hier sein soll ganz ehrlich jeder der das original nicht gespielt hat weiß dass ihr gar nicht zu appreciaten das ist so ihr wisst das gar nicht zu schätzen wenn ihr das original nicht kennt spielt das original sonst seid ihr doof der gefinisht oh mein gott die dialoge ich muss mich nicht von ihr reichfertigen was du aus diesem allerersten kleinen boxkampf alles machen kannst ich muss mich nicht von ihr reichfertigen ich sehe wo ich hinlaufen kann oder dass ich select rücken muss um mir einzublenden wo ich langlaufen kann lauf schlappe lauf großartig weitergehen würde aber seht es euch an wie gut es aussieht oh mein gott man kann die blume von aries an sein pulli tragen das sieht so gut aus und es macht spaß das kampfsystem ist super das kampfsystem ist super gut alles was ich hier gespielt habe war geil bis auf diesen einen move da bei baron wo er sich ein bisschen zu sehr bewegt hat und zu viel körpereinsatz gezeigt hat das fand ich weird aber ansonsten war alles geil alles war geil wenn das spiel doch nur kein episodenspiel wert stell dir mal vor es würde weniger als ein monat das komplette spiel rauskommen du weißt ganz genau du kannst von mit gar bis zum nordkrater spielen und das alles sind so ganz schön ich habe vorhin wirklich ich weiß nicht ob man das sehen konnte ich habe vorhin wirklich vor glück eine träne verdrückt ich weiß nicht ob ihr das sehen konntet ich wollte tatsächlich schon ja doch ich habe mega bock